So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Haltungsvideo. Heute gibt es ein Haltungsvideo über die Art Ginakaforum oder auf Deutsch Geistporzellanschabe. Hier die Kollegin auf meiner Hand ist ein adultes Weibchen. Die Geschlechter unterscheidet man, dass die Weibchen ein bisschen ründlicher sind und die Männchen sind ein bisschen kleiner und schmaler. Genau, die machte ich jetzt schon aus dem Staub. Warum erzähle ich euch später. Jetzt aber insgesamt zur Haltung. Vorab, die Art kommt in der Natur aus Südafrika, sprich Angola, Botswana, Nanibia. Da ist die Art beheimatet. Die ganzen kleinen Kollegen hier sind alles die Nymphen von denen, also keine Asseln oder so. Das sind alles deren Nachwuchs, sprich die Tiere sind beflügelt. Sobald sie adult sind davor, haben sie noch keine Flügel und sind auch nicht scheibenlauffähig. Wenn sie das sagen, adult sind, also ausgewachsen, sind sie scheibenlauffähig und flugfähig. Diese Flügel dienen bei dieser Art nicht nur zu ziertes, sondern sind auch wirkliche Flügel wie beim Vogel. Also die können wirklich gut damit flattern. Zwar keinen richtigen Flug, dass sie da euch kilometerweit fliegen, aber vom einem Ende bis zum anderen Ende euer Zimmer schafft die Art auf jeden Fall. Genau, das wäre schon zu der Besonderheit. Eine weitere Besonderheit ist nämlich, dass die Art in der Erde hauptsächlich lebt und bei Gefahr sofort in die Erde verschwindet. Deswegen musste ich vorhin die Kollegin auf die Hand nehmen, weil die sonst direkt wieder in die Erde abgedüst wäre, weil die sich da wirklich am meisten aufhalten. Die Jungtiere, wie man sieht, kommen immer mal wieder hoch an die Erde und laufen da ein bisschen spazieren. Und danach muss man halt auch die Box einrichten. Deswegen das vorab. Also zu der Box oder Terrariums, es sollte auf jeden Fall eine 22 Liter Box sein oder in Terrariumgröße ausgedrückt. Ein 30er Würfel ist das Mindeste der Gefühle. Größer natürlich immer besser und auch würde ich mehr als empfehlen, weil die Art sich auch gut vermehrt. Wenn ihr die Haltungsparameter, wo ich euch jetzt sage, einhaltet. Einmal diese Art braucht viel Erde. Sprich, das ist auch schon wirklich der wichtigste Inhalt eures Terrariums oder eurer Box. Nämlich, ihr braucht gute 10-15 cm Kokosumus, Laubwaldhumus. Nehmt, was ihr wollt. Das sollte auf jeden Fall aber trotzdem gut grabfähig sein für die Tiere und natürlich nicht schädlich. Genau, ihr könnt es auf jeden Fall auch noch mit Laub, Eichen- und Buchenlaub vermischen oder anderen gängigen Futterlaubsorten für Wirbellose. Dann könnt ihr natürlich noch weichfaules Holz mit reinmischen, das tut die Art alles nach und nach anknabbern und mitfressen. Dann, wie man hier sieht, kann man natürlich auch trotzdem Keukplatten und so reinlegen, wo sich die Tiere drunter verstecken können. Und dies nehmen die auch super an. Und genauso, das Laub wird auch als Verstecksmöglichkeit benutzt. Genau, sonst zur Art. Die Artärme braucht ja, weil sie aus Afrika kommt, also auch wirklich schön warm. Sprich, 25-27 Grad sollte es auf jeden Fall sein, wenn ihr züchten wollt. Und das ist auch eine gute Tagestemperatur. Nachts sollte es auf 22-20 Grad abfallen oder kann es abfallen. Ihr könnt auch durchgängig auf 25 Grad halten. Macht den Tieren gar nichts. Aber dass ihr halt einen Tag-Nach-Rhythmus habt, würde ich euch das empfehlen. Schaden tut es den Tieren auf jeden Fall nicht, wenn man die Temperatur ein bisschen runterfährt. Es sollte aber nicht unter 18 Grad gehen und auch nicht mehr, oder eher gesagt, lange Zeit über 35 Grad gehen. Die zwei Sachen würden den Tieren beide schaden. Genau, zur Luftfeuchtigkeit. Ich sprühe die Art alle zwei bis drei Tage leicht. Sprich, die Art braucht es wirklich nicht feucht. So eine leichte Feuchte wie so ein Morgentau ist voll und ganz okay. Also sprich, 60-70 Prozent könnt ihr auf jeden Fall haben. Aber ihr braucht es auf jeden Fall nicht extrem tropisch, weil die Art das nicht braucht. Genau. Zum Futtertechnischen frisst die Art sehr gerne Apfel, Gurke, Banane und so. Bei mir, muss ich ehrlich gestehen, mag sie gar keine Karotte. Das kann auch daran liegen, dass bei denen ihren Mundwerkzeugen das irgendwie nicht so gut zerbeißen oder zerbissen bekommen. Und daher würde ich euch Karotte persönlich nicht empfehlen, weil meine Tiere fressen es halt nicht. Vielleicht sind sie auch nur schleckig. Kann auch natürlich sein. Ähm, genau. Sonst natürlich, was man hier sieht, das lieben die ganzen Jungtiere. Hundefutter, Katzenfutter, Fischfutter, also tierische Proteine müsst ihr auf jeden Fall zugeben. Sonst nagen die sich auch gegenseitig die Flügel an. Und dann habt ihr sozusagen eine gute Futterbasis für die Tiere. Und damit wären wir jetzt sozusagen auch schon am Ende des Videos. Wenn ihr natürlich noch irgendeine Frage habt zu dieser Schabenart, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wer die Art hat. Kann das auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann kenne ich ein paar andere Züchter, wenn man mal frisches Blut braucht. In dem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao, ciao. Bis bald.